Ja, können wir das vielleicht noch ein bisschen schneller, ungefähr so. Eins, zwei, drei und vier. Meint ihr, ihr schafft das noch ein bisschen schneller? So vielleicht? Eins, zwei, drei und vier. Glaubst du mal das? 流esuzzy Wuhu! Das war doch prima und gestern auch normales. Richtige Tempo. Und das geht so. Eins, zwei, drei und vier. Bravo!